Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie du OER-Inhalte selber erstellen kannst. In diesem Video wollen wir uns einige Beispiele ansehen. YouTube ist das größte Videoportal im Web. Auf YouTube kannst du deine Videos als OER-Materialien anbieten, indem du sie mit einer Creative Commons Lizenz versiehst. Beachte aber, dass du ein hochgeladenes Video nur dann mit einer Creative Commons Lizenz versehen darfst, wenn der gesamte Inhalt des Videos im Rahmen der CC BY Lizenz von dir lizenzierbar ist. Lade dein Video auf deinem Kanal unter hochladen hoch. Während das Video hochgeladen wird, kannst du verschiedene Einstellungen vornehmen. Gehe auf den Punkt Erweiterte Einstellungen. Dort findest du unter Lizenzen und Eigentumsrechte die Option Creative Commons Namensnennung. Wählst du diese Option, ist dein Video unter einer CC BY Lizenz verfügbar und kann von anderen Personen verwendet werden. Auf Soundcloud findet man vor allem Audiodateien. Hier können Audiodateien als OER erstellt werden. Melde dich zuerst mit deinem Konto an. Unter Upload kannst du entweder ein bestehendes Audio-File hochladen oder sogar eine Aufnahme machen. Wir wählen ein bestehendes Audio-File. Während das File hochgeladen wird, kannst du unter dem Tab Metadata die Lizenz auswählen. Klickst du auf Creative Commons, kannst du zwischen den verschiedenen CC-Lizenzen wählen. Unter dem Tab Permissions kannst du weiters einstellen, ob die Datei auch von anderen Nutzern heruntergeladen werden darf. Dafür müssen natürlich die Rechte des Audio-Files bei dir liegen. natürlich kannst du auch Bilder und Fotos als OER anbieten. Fotoportale wie Flickr geben dir die Möglichkeit dazu. Gehe auf deinen Account und lade dein Bild unter Hochladen hoch. Unter dem Punkt Foto bearbeiten findest du verschiedene Einstellungen, unter anderem auch die Eigentümer-Einstellungen. Generell liegen alle Rechte des Bildes bei dir. Dies kannst du aber ändern, indem du auf Bearbeiten klickst. Nun kannst du zwischen den verschiedenen Creative Commons Lizenzen wählen. Im gezeigten Fall wählen wir die CC BY Lizenz aus. Klickst du auf Hochladen, wird das Bild mit der entsprechenden Lizenz online gestellt. Das Bild kann nun unter Beachtung der eingestellten Lizenz von anderen Personen genutzt werden. Wikiversity und das Zumwiki sind Projekte zur kollaborativen Bearbeitung wissenschaftlicher Projekte, zum Gedankenaustausch in fachwissenschaftlichen Fragen und zur Erstellung freier Kursmaterialien. Bevor du Inhalte hochladen kannst, musst du ein Benutzerkonto erstellen oder dich mit einem bestehenden Konto anmelden. Wenn du im Menüpunkt Werkzeuge auf Datei hochladen klickst, kannst du verschiedene Files wie Bilder, Texte und Videos hochladen. Nach dem Upload musst du noch einige Informationen zum Pfeil angeben. Das Pfeil kann nun von anderen Personen genutzt werden. IdaBet ist ein Online-Kollaborationstool zum Erstellen gemeinsamer Texte. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Öffentliche Pads und private Gruppenpads. Bei öffentlichen Pads kann jeder, der die spezifische URL kennt, am Dokument mitarbeiten. Bei sensitiven Inhalten kann man ein privates Gruppenpad erstellen. Dieses ist nur für Mitglieder einer Gruppe sichtbar. Eine Registrierung für den Dienst ist deswegen notwendig. In unserem Fall werden wir ein Public Pad erstellen. Wenn wir auf Create with Random Name klicken, wird ein Dokument mit zufälligem Namen erstellt. Wir geben im Textfeld einen Namen ein und klicken auf Öffnen. Es wird ein Dokument mit diesem Namen erstellt. Wir erstellen jetzt ein Dokument mit dem Namen OER. Alle, die nun die Adresse von diesem Dokument kennen, können nun an diesem gleichzeitig mitarbeiten. Das Pad ist synchronisiert, sodass alle Änderungen immer sofort sichtbar sind. Nicht nur Online-Materialien können als OER erstellt werden, sondern auch nicht-digitale Werke wie zum Beispiel Dokumente. Ähnlich wie bei den Online-Ressourcen muss es bei einem nicht-digitalen Werk eine Kennzeichnung geben, dass es sich bei diesem Werk um OER handelt. Diese Kennzeichnung kann sich am Ende des Dokuments oder auch in der Fußzeile befinden. Wie diese Kennzeichnung ausschauen kann, sehen wir in den nächsten Schritten. Ein gutes Werkzeug für diese Aufgabe bietet der Lizenzwähler der Creative Commons Website. Gehe dazu auf creativecommons.org und klicke auf Choose a License unter dem Punkt Licenses. Als erstes muss der Typ der Lizenz gewählt werden. Hier kannst du entscheiden, ob dein Werk z.B. kommerziell genutzt oder nur unter denselben Bedingungen weitergegeben werden darf. Hast du die Lizenz gewählt, solltest du noch zusätzliche Informationen wie Titel und Name des Rechteinhabers des Werkes angeben. Auf der rechten Seite wird nun die Kennzeichnung automatisch generiert. Diese kannst du markieren und mittels Rechtsklick und Kopieren in dein Dokument einfügen. Da das Werk offline genutzt wird und man somit keine Links direkt anklicken kann, sollte noch der Link angegeben werden, wo die Lizenz zu finden ist. Gehe dazu auf Lizenzkennzeichnung und wähle Offline. Auf der rechten Seite wird wieder ein Text generiert. Diesen kannst du kopieren und bei deiner Kennzeichnung einfügen. Da du allerdings schon angegeben hast, um welche Lizenz es sich handelt, brauchst du nur mehr den Link zu der Lizenz. Den Rest des Textes kannst du löschen. Eine gute Übersicht über das Thema OER und Creative Commons Lizenzen bietet der OER-Schummelzettel der virtuellen PH. Diesen findet man auf der Website der virtuellen PH oder mit Hilfe einer Suchmaschine. Der Schummelzettel kann heruntergeladen werden. Er bietet eine gute Übersicht über das Thema OER. Dort findet man Informationen über Urheberrechtsprobleme, Creative Commons Lizenzen oder auch eine Auswahl über frei verwendbare Bildungsinhalte. Unter E-Book Theokrats kannst du eigene E-Books erstellen. Gehe dazu auf ebook.theokrats.at Mit Hilfe des sogenannten ABC Publisher kannst du eigene E-Books erstellen. Dieses Service ist nicht auf Bedienstete der Theokrats eingeschränkt. Klick auf ABC Publisher. Nun hast du zwei Wahlmöglichkeiten. Klickst du auf Präsenter kannst du dir bereits bestehende öffentliche E-Books anschauen. Da wir allerdings ein neues E-Book erstellen möchten, klicken wir auf Editor. Nun musst du dich registrieren oder mit einem bestehenden Konto anmelden. Um ein E-Book veröffentlichen zu können, musst du Mitglied in einem Pool sein. Hier kannst du entweder einen eigenen Pool erstellen oder einen Zugriff zu einem bestehenden Pool anfragen. Nachdem du die Anfrage per E-Mail bestätigt bekommen hast, kannst du anfangen das E-Book zu erstellen. ... Musik Musik